Als ich hörte, dass die Highschool an der Highschool-Musical gedreht wurde, noch nie Highschool-Musical das Musical auf die Bühne gebracht hat, war ich schockiert, inspiriert und getriggert als Millennial. Millennial? Morgen nach dem Unterricht sind die Auditions. Den Originalfilm hab ich 37 Mal gesehen und die ersten 15 Minuten bei der Fortsetzung. Es wär echt verrückt zu denken, ich hätte nur die leiseste Chance, Gabriella zu spielen. Wir sind nicht mehr zusammen, ich weiß. Die Sache mit der Pause war meine Idee. Ich wollte keine Pause. Ich kann's nicht fassen, dass sie E.J. Caswell dät. Das ist ein Albtraum. Okay, Musical-Leute. Ich spreche für die Gabriella vor. Ryan, richtig? Ich denke, er wäre lieber Chapey. Bin dich gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir keine Konkurrenz haben. Sie muss mich in einem neuen Licht sehen. Ich nehm morgen an den Auditions teil und nichts kann mich davon abhalten. Die Cast-Liste hängt auf. Wir haben unsere Gabriella und unseren Troy. Schneid euch an, Wildcats. Nochmal, jetzt wird's ernst. Man kann sagen, ich bin alles andere als relaxt. Was soll das Theater? Würde dir wirklich etwas an mir liegen, dann würdest du jemand anderen die Rolle spielen lassen. Ihr seid alle als Fremde hierher gekommen. Aber jetzt seid ihr eine Familie. Ich glaub an uns. Entschuldige bitte. Müsstest du nicht irgendwo anders sein? Ich bin Broadway. Ich bin Broadway.